So, versuchen so wie möglich dazwischenzulammern, nachher werde ich nicht viel reden können. Schöne Abwechslung auch mal. Telltale Games presents All Telltale Story by Pierre, sorry irgendwas, directed by Nick Herman, Dennis Lennart. The Wolf Among Us, again. Art Direct, David Bogan. Environment, Kim Lyons. Animation, Jeff Cherry. Choregraphy, Verum, Animated. Program, Kinn & Patterson. Music by Jeremy Edmonds. Und was. Diese Ladezeiten, die sind echt extrem lang. Ich weiß noch, dass das jetzt da an der Grafikstil halt liegt. Kann ich jetzt nicht sagen. Episode 1. Faith. Faith. Ha ha. Executive Producer Kevin Burner, Dan Connors, Brett Tosty. Schöne Abwechslung. The Woodland Luxury-Apartment. Fabletown. Late. So, hier wohnen wir anscheinend, ne? So, was haben wir denn hier? Luxury-Apartment. Aber, ich wünsche mir, dass das nicht passiert. Es scheint doch ein hübsches Haus zu sein. Ich meine, der Eingang sieht ja schon nicht schlecht aus. Fablet's Crate bei Bill Willingham. Begeben wir uns mal endlich in unser eigenes Heim. Endlich ausschlafen. Die Nacht war hart und lang. Aber was war das? Wer ist da? Rotkäppchen? Komm raus. Stay off the grass. You're out pretty late. Is there some sort of curfew I don't know about? What's with the third degree? Dammit, I'm late. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Sure. You promise? I promise. Thank you, Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Das ist bloß los hier. Danke. For trusting me. Ich, really, I, I appreciate it, Bigby. Na ja, schönen Frau kann man einfach nichts abschlagen. Und sie ist immerhin Beauty. Ich meine, die Schöne oder das Biest. Die ist die Schöne. Und einer schönen Frau kann man nicht... Egal, ihr habt's zwischenverstanden. Dann betreten wir jetzt mal den Eingangsbereich unseres wundervollen, unserer wundervollen Behausern. Ja, man sieht, es ist also... Alles, was Namen und Rang hat, befindet sich in diesem Spiel. Na, großes Kino. Schauen wir mal. Hey, du wundervollen? Hm, wahrscheinlich für das Beste. Lieg, Etcher, braucht den Schmerz, diesen Mann. Scheiße, ist das staubig. Was haben wir hier? Na, Briefkasten, wahrscheinlich nur Rechnungen. Rechnungen über Rechnungen, die ich einfach nicht mehr bezahlen kann. Dann schauen wir mal. Naja. Lieber nichts als Rechnungen. Mr. und Mrs. Beast 301. Interessant. Ich will nur noch ins Bett. Endlich in Ruhe schlafen. Wo bleibt denn dieser scheiß Aufzug? Düm, 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 düm. Da ist er ja. So. Bigby, hey, warte mal. Habt ihr meine Weine gesehen? Habt ihr gesehen, Beauty? Hm, die haben's ja versprochen. So, habt ihr? Nein, ich hab' nicht gesehen. Oh, okay. Sorry to bother you. Dammit. Something's going on. Er scheint nicht die einzigste Person mit Problemen zu sein. Hier ist unsere abgewrackte Bude. Zimmer 204. Es ist der einzige Ort ab Bigby's Apartment, Fable Town. Der einzigste Ort, an den wir uns zurückziehen können. Keine Anrufe jetzt. Ich brauch' meine Ruhe. Damn. You should have cracked the window. Die Luft ist dickig. Ich muss das Fenster aufmachen, um endlich wieder klaren Wind reinzubekommen. Mein Ges... Mein Körper ist dreckig. Ich wasche... Wasche es rein. Ich fühle das nass. Aber es hilft einfach nicht, die dreckige Nacht abzuwaschen. Schauen wir mal, ob wir noch was zu essen haben. Wow. Eisblöcke. Meine Leibbleibschweiße. Und selbst die sind leer. Dammit. Was haben wir hier? Warum habe ich das denn auch noch nicht? Ich sollte es nur Alkohol haben. Und auch nur Alkoholische Getränke. Was haben wir hier noch liegen? Arbeit. Nichts als Arbeit. Was haben wir hier noch was zu essen? Oh ja, auf jeden Fall. Sonst noch irgendwas hier. Ein Ventilator. At least das funktioniert. Bringen wir es... Machen wir es an, damit die Luft nicht mehr so stillt. Darf ich doch was. Was zur Hölle soll... Was zum Fick? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Meinst du, drei kleinen Schweinchen hier oder was? Oh, hey, Bigby. Ich bin in deinem Bein, oder? Ich bin Müll, Colin. Es ist ein langer Tag. Ich bin in deinem Bein. Ich bin jetzt mal gegründet. Du hast ein Geh-ist? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben nicht gesehen. The Ghosts, das geht nichts an. Toad. Okay, you're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Why, if that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in two days. I went out of second story window, and I want to get in two seconds of shut up before I... Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, all right. Probably. Thanks, Bigby. Endlich meine Ruhe. Einfach nur schlafen. Einfach nur zurücklehnen. Und träumen. Bigby. Was so? Oh, Gott. Hat man nicht einmal seine Ruhe. Ich komme, ja. Ist gut, ich bin gleich da. Hör auf zu klopfen. Oh, Bigby, also Snow. Schneewittchen. Snow. Snow. What? Sorry, I'm... What is it? What happened? I just can't get into it this second. We need to hurry to... Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. These walls are paper thin.